Wir haben ein Race Date und damit Moin Moin, Herzlich Willkommen zum Factorio Friday Facts und wir planen die Erweiterung Factorio Space Age am 21. Oktober 2024 zu veröffentlichen. Ich finde das sehr, sehr schön, dass ihr das direkt in den ersten Satz geschrieben habt, darum packe ich das auch direkt in den Start von dem Video, damit ihr nicht Ewigkeiten suchen müsst. Ihr könnt jetzt abschalten, wenn es ist. Ich sehe es dann ja an der Viewtime, wie es sich entwickelt. Der Grund für dieses Datum ist, dass es uns nach den Sommerferien genügend Zeit gibt, die Veröffentlichung zu verfeinern und gleichzeitig genügend Zeit bleibt, falls wir vor den Weihnachtsferien noch Bugfix-Patches veröffentlichen müssen. Das ist einfach ein guter Zeitpunkt. Sie haben da Vorzeit, Sie haben danach Zeit vor dem Weihnachtsgeschäft und damit toi toi toi. Der Preis für die Space Age Erweiterung beträgt 35 US-Dollar, also 4.200 Dollar da, und entspricht damit dem Preis für das aktuelle Basisspiel. Die große Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, ein neuer Spieler, der noch kein Faktorio hat, zahlt er 35 Dollar für Faktorio und dann nochmals 35 Dollar für die Space Age Erweiterung? Oder zahlen alle Leute, die Faktorio haben, und Leute, die Faktorio noch nicht haben, 35 Dollar, um die Space Age Erweiterung und Faktorio zu kriegen. Mit dem Unterschied, dass wir Faktorio halt schon haben. Wir können das Spiel bei Steam auch schon auf die Wunschliste setzen. Und da sehen wir auch schon, dieses Produkt bedürftig zum Spielen der Steam-Version des Hauptspiels Faktorio. Also, ja okay, in dem Fall kann ich die Frage vermutlich selber beantworten. Ich werde 35 Dollar für Faktorio und dann nochmal 35 Dollar für Space Age ausgeben müssen, wenn ich Faktorio noch nicht habe. Ja, vielleicht mal hier auf die Wunschliste packen. Äh, ganz klar, ganz easy. Ähm, warte mal, jetzt will ich noch ganz kurz hier durchschauen. Und hier sehen wir Okay, hier sehen wir doch noch Sachen, die vorher nicht da sind. Also, die hier nicht drin sind. Müssen wir gleich mal schauen. So, das können wir also machen. Dann sehen wir dieses Artwork. Wir sehen blaue Munition. Die ist neu. Ich glaube, hier ist nur eine Schmelze. Das müsste das Tech-Gebäude vielleicht sein. Das hier ist der Agrarkram. Hier haben wir die Greifarme, diese Tentakelarme für die Raumschiffe. Hier haben wir den Antrieb. Und hier haben wir etwas, was ich noch nicht erkannt habe. Discord hat mir gemeint so, ja, vielleicht ist das ein Traktorstrahl. Ähm, vielleicht ist das ein Laser- Ersatz. Ich glaube, das Ding kennen wir noch nicht. Wenn wir es schon kennen, sagt mir mal Bescheid, weil ich kenne es nicht. Also, ich kann es gerade nicht zuordnen. Dann haben wir das Qualitätsmodule. Wir haben die Science-Packs. Bei den Science-Packs finde ich es interessant, dass die so versetzt draufstehen. Vermutlich ist bei den Science-Packs das Stapeln nicht übereinander, sondern nebeneinander. Aber fasziniert auf jeden Fall. So, dann geht es noch mal über den Inhalt drüber. Was macht Space-Age? Es hat Weltraum-Plattformen. Und damit haben wir Planeten-Logistik und das sind fliegende Fabriken. Wir brauchen Verteidigungsanlagen, um herannahende Asteroiden abzuschießen und ihre Plattformen, die ihre Plattformen zu zerstören drohen. Fangen sie Asteroidenbrocken, zerkleinern sie sie und verarbeiten sie es zu Triebwerks, Triebwerks, Treibstoff- und Geschütztturm-Munition. Wenden sie den Plattform-Hop und die Frachträume, um Fracht zwischen den Planeten zu transportieren. Und dann sehen wir hier die beiden Flüssigkeiten für den Antrieb in der Produktion. Und die blaue Produktion sind wir nicht, glaube ich. Wobei ich hier das Rohrsystem auch gerade nicht verstehe. Halb so wild. Da können Flüssigkeiten durch die Antriebe durchfließen. Aber wie gesagt, halb so wild. Was sehen wir sonst noch? Wir sehen die Munition. Wir sehen Turret. Wir sehen grüne Bände. Wir sehen hier einen Sensor. Ja, aber ja. Dann gibt es Vulkanus. Flammende Vulkanberge, eindrucksvolle geologische Landschaftsformen mit Asche bedeckte Ebene und dichter gelbe Schwefelnebel, der die Lunge brennt und in den Augen ätzt. Extrahieren und raffinieren sie robustes, unzerbrechliches Wolfram, um große Bergbaubohrer und Gießereien herzustellen. Ziehen sie Lava aus den Gruben, um reichlich geschmolzenes Eisen und Kupfer zu erzeugen. Erforschen sie fortschrittliche metallurgische Technologien, um eine industrielle Schmiedewelt aufzubauen. Ja, wir sehen hier eine Ziegel gebrannt, die aus den Steinen, die aus der Lava entstehen, kommen. Wir haben hier diese Kalksteingeschichte, die muss ja, wird ja genutzt, um das zu löschen. Dann haben wir Low Lensity Structures und Raketentreibstoff für die Rakete. Wir haben hier noch Stahl. Wasser der Schlüssigkeit und hier wird überschüssiges Stein in die Lava geschmissen. Um das loszuwerden. Volgora ein lebloser und trostloser Ort. Die dünne Luft ist eiskalt, aber knochentrocken. Eine ferne Sonne funkelt im matten Purpur des Himmels. Dünne Wolken ziehen vorbei, während ein Sturm Sand aufwirbelt, der in deine Rüstung reibt. Schützen sie sich vor nächtlichen Gewittern und nutzen sie deren unerbittliche Kraft für ihren eigenen Strombedarf. Holen sie sich den Hightech-Schrott und die Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation zurück und recyceln sie die zu nutzbaren Produkten und fesseln sie den fortschrittlichen elektromagnetischen und Supraleitkräfte von Holmium. Wir sehen hier den Blitz, wir sehen Drohnen, also Logistik-Drohnen. Wir sehen Recycler. Wir sehen geschaltete Greifarme mit Active Provider-Chess und Akkus. Wir sehen hier bitte für ihr Recyclet. Kleber. Eine farbenfrohde Sumpflandschaft, eingehüllt in leichten Nebel. Die Luft ist dick und feucht und trägt die gedämpften Schreie unsichtbare Tiere aus der Fernegehe rüber. Entdecken sie exotische Pflanzen, kultivieren sie und ernten sie ihre Früchte mit Landwirtschaftsfirmen. Kochen, zerkleinern und verarbeiten sie ihr Obst und Gemüse bevor es verrottet. Wagen sie sich ein neues Reich der Bio-Verfahrenstechnik. Hier sehen wir gerade keine Balken, also die verfallen. Das waren so weiße Balken, die hier mit drauf sitzen, die anzeigen, wie gut ein Produkt noch ist. Die sehen wir gerade nicht. Wir sehen hier eine Flüssigkeit. Ich weiß aber nicht, ob die nicht so aus, als wäre die eines Gebäudes angeschlossen. Außer dieses Rohr da oben zählt dazu. Das würde mich aber irritieren, weil es auch zu den Bodenrohren geht. Aber diese Flüssigkeit wird ja für irgendwas gut sein. Und hier haben wir so ein Ei. Ich glaube, das ist aber nur Decoy. Also nur Deko. Und ich glaube, hier haben wir die Samen. Okay. Erhöhte Schienen. Bringen sie ihre Züge auf das nächste Level. Erhöhte Schienen bringen eine völlig neue Dimension an Herausforderungen und Möglichkeiten in das Schienennetz. Hochleistungsschienen rampen und stützen zum Anheben ihrer Schienen. Überwinde alle Hindernisse und baue Stützen auf dem Wasser, um Ozeane zu überqueren. Entwerfen sie fortschrittliche, mehrstufige Kreuzungen, um ihr Zugsystem zu optimieren. Das wird großartig. Das wird einfach gigantisch. Wir haben schon so viel gesehen, wie das aussehen kann, wie das aussehen wird. Es wird großartig. Es wird klasse. Und ich freue mich schon tierisch darauf, wieder gigantisch große Schienennetze, Cityblocks mit Highways und ähnlichem zu bauen. So, dann haben wir Quality. Achten sie bei allen Artikeln, Maschinen und Geräten auf hohe Qualität. Jeder Gegenstand, jede Entität und jede Ausrüstung hat fünf mögliche Qualitäten, von normal bis legendär. Erforschen sie die Qualitätsmodule und verwenden sie sie, um höherwertige Gegenstände und Zwischenprodukte herzustellen. Jede Qualitätsstufe gewährt einen größeren Bonus. Maschinen werden schneller hergestellt, die Ausrüstung ist leistungsfähiger, Geschisztürme haben eine größere Reichweite und so weiter. Nehmen wir hier auch gerade das Recycling. Also die Kisten werden hier mit Solarpanels gefüllt und über eine Schaltung werden vermutlich dann immer die schlechtesten recycelt. Damit wieder neu gebaut wird, damit hoch gebaut wird. Hier ist aber gerade glaube ich gestoppt, weil das Ding voll gelaufen ist mit legendären Solarpanels. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das wird. Das wird ja ein optionaler Content, also das wird man zu- und wegschalten können. Das ist sozusagen wie eine eigene Mod im DLC und da bin ich auch sehr gespannt, wie das sich auf andere Mods auswirken wird und so weiter. sehr sehr gespannt. Darüber hinaus ist die Reise hier noch nicht zu Ende. Es kommt noch viel mehr mit Faktorio Space Age und vieles mehr muss noch enthüllt werden. Musik aus dem Weltraum Zeitalter Jeder neuer Planet wird an einem einzigartigen Soundtrack des tschechischen Komponisten Peter Weisar begleitet. Neue Feinde und Verteidigungen den Raketenwerferturm haben wir schon gesehen. Einige neue Planeten werden von einzigartigen und gefährlichen Kreaturen bewohnt, gegen die sie sich verteidigen müssen. Wir haben einen Teaser für eine fliegende Einheit. Der ist aber uralt. Das ist ein sehr sehr alter Teaser. Wer weiß, ob der noch gültig ist. Und wir haben einen Teaser für dieses Donnern in der Ferne. Also irgendwas Massives, irgendwas Großes auf dem Pflanzenplaneten Gaya. Gleber, genau. Ein rätselhafter fünfter Planet. Verspricht ein einmaliges Gameplay, bleibt aber in Geheimnisse gehüllt. Es ist der Planet, der am weitesten von der Sonne entfernt ist. Daher ist es dunkel und kalt. Keine Solarenergie dort. Interessant. Der fünfte Planet. Ja, wir haben jetzt drei Planeten. Die drei Basisplaneten sozusagen. Also wir haben Nowis, wo wir starten, dann haben wir die Wahl, welche der drei Planeten wir zuerst angehen. Jeder dieser Planeten schaltet ein Modul frei, also Speedmodul, Produktivitätsmodul, Efficiencymodul. Einer davon schaltet Qualität frei, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig im Kopf habe. und dann haben wir halt den fünften Planeten, von dem wir halt noch gar nichts wissen, außer das, was jetzt hier steht. Ansonsten haben wir eben Faktorio 2.0 und das ist für alle Benutzer ein kostenloses Upgrade, also 2.0 kann man einfach weiterspielen. Da sind diese intelligenteren Arbeitsroboter drin und die Updates da. Da sind neue Schienen drin. Das heißt aber auch, dass die Hochschienen nicht in 2.0 drin sind. Okay? Die Fernansicht ist mit drin, die Kombinator- und Schaltungsherzwerke Verbesserungen sind drin, die Zugsteuerung ist besser drin, das neue Flüssigkeitssystem ist drin, die Geländeregenerierung ist dabei für Novice und jede Woche mehr. Das heißt ab jetzt kommen Upgrades, die sich mit Faktorio, also die Faktorio 2.0 beschäftigen und nicht mehr mit den Updates, also nicht mehr mit dem DLC oder beides. Schauen wir mal. So, wir schauen in den Blog rein oder halt bei uns könnt ihr abonnieren. Wunschliste setzen, haben wir gemacht und dann schauen wir jetzt noch hier rüber und übersetzen das auch mal ganz fix nach Deutsch und gehen da mal fix durch. Grüße so hier, viele Grüße Antiluinen Rakete gestartet, Verteidigungsanlagen, das ist ein Text, den wir kennen, das ist Text, den wir kennen, das ist Text, den wir kennen, Boden, ah ja, okay, das ist die Sumpflandschaft, die kennen wir auch, das sind auch dieselben Bilder, nur mehr range, nee, sind exakt dieselben Bilder, ich dachte gerade, das andere Ausschnitt, aber müsste exakt dieselben Bilder sein, ja. Ja, und da ist das Ei, was wir gerade eben hatten, erhöhte Schienen, Qualität und darüber hinaus. Ja, okay, es ist doch derselbe Text wie hier drüben, das irritiert mich jetzt ein bisschen, also bis hierher, ähm, weil ich hatte gehofft, dass wir da noch ein bisschen was mehr rausquetschen können, aber es ist, ist okay, ist okay. Ja. Ich habe schon Urlaub eingereicht für den, äh, Oktober und, ähm, werde da sicherlich in der Woche durchsuchten, mal schauen, äh, wie durch, das durch am Ende dann sein wird, weil ja sonst auch immer wieder irgendwas dazwischen kommt, ähm, aber ich freue mich drauf, 21. Oktober, wissen wir Bescheid, und dann werden wir riesig wieder zocken. Ich wünsche euch was, bis denn, Tschüssi. Tschüssi.